Der Prenntteil, beziehungsweise nach rechts über der Seite. Da vorne, siehst du das, wo die Lampe steht, da kann man Rechtshänder fahren. Können Sie da so weit fahren? Hattest du das vor, die Gesellen zu fahren? Da geht das, das ist offen, ich kann nur leiden, Leute. Das ist offen, ich kann nur leiden, Leute.